Verwandlung abgeschlossen, so besiegen wir das böse Mega-Eichhörnchen und retten die Nüsse von Snacktonia. Titans, schwind euch in eure Jets! Mega-Eichhörnchen in Sicht. Feuer! Quadlaser! Die Quadlaser konnten nichts ausrichten. Energie ist gesunken, 60 Prozent. Das Ding ist uns voll überlegen. Alles bereit für Zodron! Verbindungen herstellen! Verbindungen hergestellt! Formt den Inferno-Spieler! Wir konnten die Nussmischung sicherstellen! Gute Arbeit, Titans! Reibungslos! Das Mega-Eichhörnchen ist platt. Wir sind die Champions. Wieder mal konnte die Gerechtigkeit siegen. In den Augen der Gesellschaft sind wir gerecht. Nein, das Eichhörnchen. Es betreibt nicht mehr das Atmen. Wir haben es übertrieben. Und wofür? Ein paar Nüsse? Ich sehe hier mit ein, dass Gewalt nie akzeptabel ist. Ungeachtet ihrer Natur. Jede Träne brennt auf meiner Wange. Und... Stopp! Was? Bin ich nicht ein Bösenar, gah? Huhu! Häh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020